Moin, liebe Videospielfreunde, mein Name ist Tev Tenjutsen, ich bin vom Gamepad Empire und wir spielen heute eine Runde Gamedev Tycoon. Das ist ein Simulationsspiel. Wir spielen einen Videospielentwickler und entwickeln Videospiele. So eine Art, ja, Financial Simulation. Also wir müssen gucken, dass unser Geld ausreicht, dass wir richtig investieren, dass wir bei dem Spiel entwickeln, dann die richtigen Hebel ziehen und das Spiel dann dementsprechend gut machen. Ist ziemlich cool, ist ziemlich interessant, meiner Meinung nach. Spiele ich immer mal wieder gerne. Ist allerdings eine ziemlich trockene Simulation, das heißt, wir werden sehr lange immer nur dasselbe Bild sehen und einfach nur sehr viel klicken. Ihr seht also sogar meine Maus. Ist das nicht schön? Das Spiel ist von Greenheart Games, ist wirklich zu empfehlen, macht mir unglaublich Spaß. Habe ich mit dem Peter P4N auch gerne mal in den Pausen gespielt. Und ja, wir wollen einfach mal starten. Da! Willkommen zu Gamedev Tycoon. In dieser Wirtschaftssimulation machst du eine Zeitreise zu den Anfängen der Computerrevolution, um dein eigenes Spielentwicklungsunternehmen zu gründen. In den nächsten 35 Jahren kannst du dein Traumunternehmen aufbauen, Bestseller-Spiele entwickeln, Fans gewinnen und Marktführer werden. Das ist nämlich die Geschichte. Wir fangen an ganz, ganz, ganz früh in den Videospiel-Zeitalter. Wir fangen an in dem Zeitalter, wo noch der C64 aktiv war und leben quasi die Zeit weiter, bis wir dann hinterher bei der Playstation 4 angekommen sind. Also, ist wirklich eine ganz schnieke Sache. Wir selber können erstmal am Anfang, sind wir in einer Garage, können Spiele entwickeln und später, das wird richtig gut, später können wir auch Konsolen entwickeln und so weiter, je nachdem, wie gut und erfolgreich wir sind. Jetzt kommt ihr ins Spiel. Und ihr werdet gleich sehen, wie das in etwa abläuft. Ich mache das an einem Beispiel mal fest. Also, prinzipiell habe ich vor, dass ihr mir Spiele vorschlagt, die ich entwickeln soll, ne, in Anführungsstrichen, und die wir dann in diesem Spiel hier umsetzen. Das Spiel wird man natürlich hinterher nicht sehen, aber wir werden halt Einnahmen dadurch erzielen, eventuell gute Spiele, Fortsetzungen machen und zu richtig erfolgreichen Bestsellern machen. Ihr seid hier echt gefragt. Ich brauche eure Hilfe, hier richtig erfolgreich zu werden. Sobald wir hier nämlich, äh, bankrott gehen, ist das Spiel für uns gelaufen und damit dieses Projekt ebenfalls. Dann brechen wir es ab, dann ist es vorbei. Wir versuchen natürlich, das Bestmögliche dabei rauszuholen. Also, los geht's. Bevor du dein Abenteuer beginnen kannst, musst du deiner zukünftigen Firma einen Namen geben. Ja, das fällt uns ja nicht allzu schwer. Wir nennen unsere Firma selbstverständlich Gamepad Empire. Und, äh, der Spielername ist der Dave Danielson, überraschenderweise. Ähm, hier gibt's nicht so viel Charakterauswahl, leider. Prinzipiell tendiere ich ja eher zu einem blonden Kerl. Da dieser aber eine Brille trägt, was bei mir absolut nicht der Fall ist, auch wenn ich eine bräuchte, ähm, bin ich dann doch eher diesem netten Herren hier zugeneigt. Und Klamotten werden wir auch andere auswählen. Ich krieg mal durch, was es hier so gibt. Einen hübschen braunen Pulli, oder ist das grün? Ich bin mir da nicht so sicher, ich hab ja eh eine Farbschwäche. Dann diesen tollen Pullunder. Wir haben noch einen anderen Pulli. Wir haben noch einen etwas grünstichigen Pulli. Könnte auch blau sein. Ich hab meine Farbschwäche schon angedeutet. Dann so einen rotbräunlichen Pulli. Einen grünen, äh, Nadelstreifenpulli. Ein anderer Pulli, ne? Und, äh, so einen Querstreifenpulli, den ich eigentlich am nettesten finde. Ich glaube, den werde ich nehmen. Ja, starten wir mal unser Spiel. Da du das Spiel bereits gespielt hast, kannst du dich dazu entscheiden, alle bisher erhaltenen Hinweise in den neuen Spiel zu übernehmen. Ähm, das werde ich, äh, ach, das kann ich eigentlich jetzt gleich erklären. Dadurch, dass ich das Spiel natürlich schon gespielt habe, wie schon erwähnt, mit dem Peter P4N unter anderem, schöne Grüße an ihn an dieser Stelle, ähm, habe ich dort schon einige Erfahrungen gemacht. Sprich, ich weiß, dass, äh, jetzt mal ganz random rausgedrückt, ein Jump'n'Run sehr viel Wert auf Grafik setzt. Was natürlich absolut nicht richtig ist und dieses Spiel auch keine Jump'n'Runs, äh, unterstützt. Aber, ähm, dadurch bekomme ich immer Hinweise bei der Entwicklung und kann dann danach die Regler stellen. Da wir natürlich ganz von neu beginnen, ohne Vorahnung, wollen wir die Hinweise nicht übernehmen. So, damit sind wir im Spiel. Wir entwickeln in unserer Garage, können bislang nicht viel mehr als ein neues Spiel entwickeln. Und jetzt machen wir das mal fest. Sobald ich in einem Menü bin, ist unsere Zeit, die hier oben rechts abläuft, Jahr 1, Monat 1, Woche 1, äh, stillgestanden. Also da kommt nix mehr. Die geht nur weiter, wenn wir unseren Spielern zugucken, wie er nix tut oder wie er eben entwickelt. Wir fangen mal an mit einem Spiel, das da heißt Hello World, so wie man es halt anfängt. Ähm, ihr werdet schon auch den Witz dieser ganzen Geschichte verstehen. Ähm, schauen wir erst mal. So, Hello World ist, das sind unsere Themen, die wir dazu wählen können. Wir können ein Romantik-Spiel erstellen, ein alternative Geschichtenspiel, ein Gesetzesspiel oder ein Transportspiel. Ich würde sagen, da wir, Hello World klingt nach, äh, alternative Geschichte. Wir machen ein alternatives Geschichtsspiel. Und schauen wir mal, was daraus kommt. Wir können Genres auswählen. Genre. Genre. Und da haben wir Action, Abenteuer, Rollenspiel, Simulation und Strategie. Es kommt später immer mehr dazu. Wir müssen aber erst mal nach und nach alles freispielen. So. Ein alternative Geschichten, äh, Hello World ist in meiner Ansicht nach vielleicht eine, ja, ein Abenteuer vielleicht. Wie gesagt, das sind alles die Regler, die ihr später in den Kommentaren regeln könnt. Ihr könnt einfach sagen, okay, mach mal ein Spiel namens Hallo. Äh, mach daraus ein Horrorspiel vom Typ, äh, Action und wähle die Plattform. Und jetzt kommt der Witz dieser ganzen, äh, dieses ganzen Spiels. Wir haben den G64 und den PC. Der PC hat natürlich keine Lizenzprobleme. Äh, der G64, ähm, die, die Konsolen und alle weiteren Systeme, die jetzt noch kommen werden, sind namentlich natürlich abgeändert, damit es zu keinem rechtlichen Problem kommt. So, wir haben also den G64 und den PC, der momentan 44% Marktanteil hat und der G64 hat 56%. Allerdings einen äußerst höheren, äh, Entwicklungskosten-Punkt. Deswegen werde ich auf den PC steigen. Außerdem wissen wir natürlich, dass der G64, also das Äquivalent C64, auf dem Markt irgendwann verschwunden ist. Und demnach ist der PC wahrscheinlich jetzt am Anfang erstmal die richtige Alternative. So. Das kostet jetzt uns also 10.000, äh, Dollar wahrscheinlich. Ähm, gehen wir erstmal rein. Da es Hello World ist und ich möchte erstmal nur, wie gesagt, ein Beispiel nennen, machen wir das Ganze textbasiert. Es ist ein textbasiertes Spiel, so wie man es früher kennt, von früher kennt. Und jetzt geht's los. Wir sind in der Entwicklungsphase 1. Da können wir die Engine Gameplay und die Story Crest einstellen. Ein Geschichte, eine alternative Geschichte, Abenteuer ist in meiner Ahnung, äh, Story und Crest sehr wichtig. Wir brauchen vielleicht wenig Engine, weil es auch ein Textspiel ist, also das ist ein textbasiertes Spiel. Eher wenig. Auch Gameplay ist vielleicht eher unwichtig. Also Story Crest ist vielleicht wirklich deutlich wichtiger. So, und jetzt fängt er an zu entwickeln. Wir haben hier oben Bugs, die werden wir hinterher noch rausnehmen müssen, indem wir einfach ein bisschen länger warten. Wir haben die Designpunkte, die Entwicklungspunkte und hier die Forschungspunkte. Mit denen können wir dann neue Sachen erforschen. Das passiert dann alles, indem wir die ganze Zeit entwickeln und dann kriegen wir immer die Punkte dazu. Also, die Forschungspunkte. Die anderen drei, die sind natürlich spielspezifisch. So. Wir brauchen Dialoge sehr viel, weil es eine alternative Geschichte und ein Abenteuer ist. Level-Design, eher weniger günstige Intelligenz ist wahrscheinlich richtig unwichtig. Meiner Ansicht nach. Auch das ist alles, was ihr in den Kommentaren dann benennen könnt, was euch wichtig ist und was nicht. Ne, also wie gesagt, schreibt bitte in die Kommentare. Ich würde echt freuen, wenn da ein paar Leute richtig, richtig aktiv mitmachen. Dann werden wir ein richtig großes Unternehmen aufziehen hier. Wir haben schon vier Bugs drin, das ist aber kein Problem, wie gesagt. Da warten wir einfach hinterher. Momentan haben wir eh kein Geldproblem. So. Grafik, Text basiert ist also egal. Sound, Grundton. Wir können halt im Moment noch nicht so viel ausrichten. Grafik ist auf ein textbasiertes Spiel eher wenig. Sound ist wahrscheinlich wichtiger und Spielwelt-Design vielleicht auch. Okay. Starten wir das Ganze. Okay. So, damit sind wir in der Fertigungsphase. Wir entwickeln jetzt nur noch die Bugs weg. Also warten noch, bis die Bugs weg sind. Haben dabei vielleicht ein bisschen andere Sachen noch mitgebracht. Und jetzt haben wir ein Spiel, was mit 8 Punkten im Design und 5 Punkten in der Programmierung für den Anfang ganz okay ist. So. Dadurch steigen wir im Level, im Engine, Gameplay, Story, Dialog, je nachdem wie Fever eben dem Ganzen zugeordnet haben. Wir selbst leveln noch. Später können wir auch Mitarbeiter einstellen, die ebenfalls leveln. Also es wirkt wirklich ein riesen Ding. Und damit veröffentlichen wir unser Spiel Hello World und schauen mal, was es so bringt. Und in der Zwischenzeit können wir mal im Menü gucken. Wir haben die Möglichkeit Spiele historieren gucken. Die Spiele historie, da sieht man eben die Spiele, die wir schon entwickelt haben. Normalerweise mit den entsprechenden Parametern hier, die wir jetzt zugeordnet bekommen. Also die Spielbewertung. Wir haben erste Bewertung für unser neues Spiel Hello World erhalten. Und damit bekommen wir unsere ersten Kritiken. Nicht schlecht, aber auch nicht gut von der Star Games. Langweilig von der Informed Gamer. Also die finde ich schon jetzt sehr unsympathisch. Ziemlich schlecht von der Game Hero. Aber auch nicht so gut. Und dann haben wir noch Abenteuerspiele funktionieren gut auf dem PC. Immerhin ein toller Tipp von All Games. Ja, damit haben wir einen durchschnittlichen, also einen Dreierdurchschnitt glaube ich in etwa. Ziemlich genau. Und das können wir uns jetzt mal in der Spielehistorie angucken. Können wir noch nicht, weil es noch nicht fertig ist. Okay. Wir können forschen. Im Moment können wir neue Themen forschen. Eine eigene Engine erstellen. Wir können außerdem... Das ist immer schön, dass ich immer unterbrochen werde. Kann ich jetzt gerade auch nicht machen. Nachrichten. Gamepad Empire. Ein Newcomer in der Spielebranche hat kürzlich sein erstes Spiel Hello World herausgebracht. Das Spiel hat durchschnittliche Bewertungen bekommen. Wir sind gespannt, was Gamepad Empire in Zukunft veröffentlichen wird. Ja, da bin ich auch gespannt. Wie gesagt, ich hoffe, ihr macht da mit. So, wir erstellen einen Spielebericht. Wir erstellen einen Spielebericht. Das machen wir, um herauszufinden, was an unserem Spiel gut war, was gut ankam, was schlecht ankam. Um hinterher eben Schlüsse zu ziehen, was bei unserem nächsten Spiel derart vielleicht besser gemacht werden kann. Erste Verkaufswoche von Hello World wurden in der ersten Woche 1947 Stück verkauft. Nicht schlecht für eine kleine Garagenaktion, oder? So. Katsching. Spielrecht. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Hello World ist beendet. Und wir haben folgende Resultate erhalten. Und hier seht ihr jetzt, was wir erhalten haben. Erstens, die alternative Geschichte und Abenteuer ist eine Okay-Kombination. Also es geht wohl besser. Level-Design scheint für diese Art von Spielen nicht sehr wichtig zu sein. Das haben wir festgestellt. Plattform-Genre über Stimm... Plattform-Genre über Einstellungen, Abenteuer-PC. Großartig. Also das funktioniert. Abenteuerspiele auf dem PC sind super. So. Und dann entwickeln wir jetzt mal ein neues Spiel. Da haben wir zum Beispiel als Themen ja noch Gesetz, Transport und Romantik. Wir haben genug Forschungspunkte. Da würde ich dann doch vielleicht eher erstmal... Ups, nicht in der Spielehistorie. Sondern unter Forschung ein neues Thema gucken. Das sind die Themen, die wir jetzt erstmal als nächstes freischalten können. Ich würde vielleicht sagen, wir nehmen mal... Wir nehmen mal Stadt. Zack. Jetzt forschen wir das Thema Stadt. Und wenn wir das gemacht haben, werde ich diese Folge beenden. Die wird generell immer etwas kürzer ausfallen als so engige Let's Plays. Also vielleicht so 10 bis... Also maximal 15 Minuten schätze ich. Da ja auch nicht so viel zu sehen ist. Und ich möchte eure Kommentare unten haben. Wenn ihr genug Kommentare schreibt, kann ich die Folgen natürlich auch deutlich länger machen, weil wir dann mehr entwickeln werden. Ja. Ich habe erfolgt das Thema Stadt erforscht. Und wir erforschen noch als letztes heute das Thema Ninja. So, wir kratzen uns am Kopf. Wir kommen gerade nicht weiter. Das ist aber kein Problem für uns. Wir sind ein ziemlich guter Garagenprogrammierer. Ja, und damit habe ich Ninja auch erfolgreich erforscht. Gut. Ich werde damit die Folge hier beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schreibt in die Kommentare, was für Spiele wir entwickeln. Später wird es, wie gesagt, richtig, richtig groß. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir sehen uns in der nächsten Folge, die ich jetzt gleich in Anschluss aufnehmen werde. Deswegen wundert euch bitte nicht, wenn ich eure Vorschläge noch nicht in der nächsten Folge rannehmen kann. Aber sobald ich diese Session beendet habe, dann geht es richtig los. Bis dann. Wir sehen uns. Bis dann und tschöö. Untertitelung des ZDF, 2020